Elke Heidenreich hat mich mein ganzes Buchhändlerinnenleben immer für Bücher begeistern können. Und nun begeistert sie sich mich mit ihrem Buch. Hier geht's lang. Da beschreibt sie praktisch in einer Art Autobiografie die Bücher, die sie ihr Leben lang begleitet haben. Es fängt an mit Trotzkopf und Nesthäkchen und geht über Selma Lagerlöf, Simone de Beauvoir bis später hin zu Adichie und Eva Menasse. In diesem Buch hat sie wunderschön gezeigt an alten Covern, wie Literatur uns durch unser ganzes Leben begleitet. Ich finde, es ist ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk, weil sie in diesem Buch die ganzen alten Cover und Originalausgaben zeigt und natürlich auch sehr schöne Bilder von sich und Lesesituationen, in denen wir sie begleiten. Das optimale Weihnachtsgeschenk. Hier geht's lang. Von Elke Heidenreich.